Herzlich willkommen auf der Automechanika hier in Frankfurt. Mein Name ist Robert Seufert, Spezialist für die Achsvermessung. Ich darf Ihnen hier vorstellen unser neuestes Achsmesssystem, das V4400 Commander. Das Achsmesssystem stellt für uns die neuste Entwicklung in der 3D-Technik dar. V4400 ist eine Evolutionsstufe, die das ganze Achsvermessen auf neues Niveau hebt. Wir haben hier keine Kontrollkamera mehr. Wir haben zwei Kameras, die im Prinzip zusammenarbeiten. Wir benötigen keine fahrenden Komponenten mehr. Die zwei Kameras sind in der Lage, dem Fahrzeug zu folgen, egal auf welcher Position es sich auf der Achsvermessungsbühne befindet. Die Installation ist sehr flexibel gehalten. Wir können die Kameras verrollen, wir können die Kameras anheben, um über den Bediener drüber zu schauen und können hiermit gewährleisten, die Kamera aufzustellen. 1,40 Meter vor der Vorderradmitte bis zu 5 Meter zur Vorderradmitte. Es werden Fahrwerksstände bis zu 7 Meter gewährleistet. Das System ist äußerst flexibel. Den mittleren Fahrwagen benötigen wir hierzu nicht mehr. Der dient hier nur als Visualisierung zur Befestigung des Monitors oder zum Halten der Radklammern. Im Prinzip können wir das Achsvermessungssystem nur mit diesen zwei Kamerasäulen betreiben, die sich, wie gesagt, frei im Raum nur mit der Sichtbarkeit der Reflektoren installieren lässt. Das System ist sehr schnell, beinhaltet auch eine künstliche Intelligenz, die dem System hilft, immer genauere und schnellere Ergebnisse zu liefern. Die Benutzeroberfläche ist bedienerfreundlich. Sie beinhaltet außerdem drei Wandstufen. Das heißt, es wird betrachtet, ob der Bediener bei dem Positionierungsvorgang oder beim Achsvermessungsvorgang etwas falsch macht, ob sich eine Beschädigung am Fahrzeug abzeichnen lässt oder ob komplett die Achsvermessung wiederholt werden muss, weil zum Beispiel irgendwelche Komponenten locker sind. Das Achsmesssystem ist in der Lage, kleinere Fehler zu kompensieren. V4400 gibt aber Hinweise, sodass der Bediener auf jeden Fall sicher durch den Prozess geleitet wird. V4400 stellt das neue Top-Flaggschiff unserer Achsmessproduktgruppe dar und wird das zukünftige Achsmessgerät für OEM-Achsvermessung sein. V4400 V4400 Untertitelung des ZDF, 2020